Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Microsoft Azure Administrator Associate. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir gemeinsam eine Web-App bereitstellen. Eine Web-App ist Platform as a Service, also P-A-A-S. Das heisst also, wir müssen uns nicht um die darunterliegende Hardware kümmern, aber eines nach dem anderen. Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich befinde mich hier in der Azure Desktop App und ich möchte eine Web-App bereitstellen. Die Web-App braucht einen sogenannten App-Service-Plan. In diesem App-Service-Plan wird schlussendlich bestimmt, wie viel Leistung die Web-App bekommt. Dazu habe ich Ihnen zwei Artikel vorbereitet aus dem Dokumentationsportal von Microsoft, bzw. ein Artikel aus dem Dokumentationsportal von Microsoft und der andere Artikel ist hier die sogenannte App-Service-Pricing-Umgebung. Ich möchte Ihnen da selbstverständlich keine Preise anbieten, sondern die Funktionen, die in den Plänen enthalten sind. Also, hier wird beschrieben, um was es geht bei einem Azure App-Service-Plan. Ich navigiere nach unten und wir sehen die Unterschiede. Es gibt App-Service-Pläne, beispielsweise Shared Compute. Da gibt es einen Azure App-Service-Plan Free oder eben Shared. Dann gibt es die Pläne der Dedicated Compute. Das sind dann die Pläne wie Basic, Standard, Premium, Premium V2, Premium V3. Und dann gibt es noch die Isolated Pläne. Sie können hier in aller Ruhe die entsprechenden Informationen durchlesen, um was es geht bei einem Azure App-Service-Plan. Was wichtiger ist, welche Funktionen sind in den verschiedenen Plänen enthalten. Und das finden Sie hier in dieser Seite. Zuerst einmal wählen wir das Betriebssystem Windows aus und dann navigiere ich nach unten hier im Dropdown-Menü, um eine andere Region auszuwählen. Ich suche da West Europe. West Europe. So, das ist einmal in Ordnung. Sie können dann das Ganze auch noch mit dem Linux-Betriebssystem untersuchen. Ich möchte Ihnen aber hier einfach ein Beispiel geben. Hier sind diese Pläne aufgelistet, die wir eben gesehen haben. Zum Beispiel Free, Shared, Basic, Standard etc. In diesen Plänen gibt es unterschiedliche Funktionen. Wir sehen beispielsweise beim Free-Plan gibt es Disk-Space 1 GB. Bei Basic gibt es 10 GB. Bei Standard gibt es 50 GB. Wo können wir unsere eigene Custom-Domain einbinden? Das können wir ab dem Shared-Plan, aber nicht beim Free-Plan. Und dann geht das hoch bis zu den Premium und Isolated-Planen. Die nächste Funktion, die wir anschauen, ist Autoscale. Wann können wir mit Autoscale arbeiten? Das wird erst unterstützt ab dem Standard-Azure-App-Service-Plan. Also wenn Sie mit Autoscale arbeiten wollen, dann helfen Ihnen diese drei Pläne nicht. Und ich hoffe, Sie haben jetzt gesehen, warum es so wichtig ist, den richtigen Plan auszuwählen, damit man schlussendlich die richtigen Funktionen für seine Web-App schlussendlich bekommt. Also es steht und fällt mit dem Service-Plan, damit die Web-App schlussendlich die Funktion ausführen kann, für die sie geplant ist. Nun geht es los. Ich navigiere zurück zum Portal und ich navigiere zu den Resource-Groups, anschliessend zur Ressourcengruppe tv-azure-demo-rg. Ich starte gerne die Bereitstellung von Ressourcen immer von der Ressourcengruppe aus. Ich wähle Add aus. Jetzt werden wir zum Marketplace weitergeleitet. Und jetzt suche ich beispielsweise mit Web. Und dann haben wir unten den Vorschlag Web-App. Und genau das möchte ich. Nun wähle ich Create aus, damit wir mit der Bereitstellung der Web-App beginnen können. Die Subscription ist in Ordnung, die Ressourcengruppe ebenfalls. Navigiere nach unten. Jetzt müssen wir einen eindeutigen Namen angeben für unsere Web-App. Weil Sie sehen, beim Namen wird schlussendlich das DNS-Suffix hinzugefügt. Azure-Websites.net Wir müssen also einen Namen angeben, der über das gesamte Azure-Portal hinweg eindeutig ist. tv-web-app-2021 Der Name ist in Ordnung. Wir sehen diese grüne Checkmark. Jetzt müssen wir den Publisher auswählen. Wollen wir mit Code arbeiten oder wollen wir mit einem Docker-Container arbeiten? Ich belasse es bei Code. Wenn ich es bei Code belasse, muss ich den Runtime-Stack auswählen. Das startet bei .NET, geht weiter zu Java, zu Node, PHP, Python, Ruby. Hier müssen Sie also den entsprechenden Runtime-Stack auswählen. Ich gehe mal mit .NET Core 3.1. Jetzt die Region. Nicht Central US, sondern in meinem Fall West Europe. Also navigieren nach unten. Und jetzt sehen Sie, jetzt müssen wir den App-Service-Plan bestimmen. Da wird ein neuer App-Service-Plan erstellt. Mit Standard. Das steht unter Skew and Size. Skew steht für Stock Keeping Unit. Wenn Sie mit Standard S1 nicht einverstanden sind, dann wählen Sie Change Size aus. Und jetzt können Sie den entsprechenden Plan anpassen. Wir sind in der Kategorie Produktion. Wählen Sie Def-Test aus, dann können Sie den Plan F1 auswählen. Sie sehen, das ist der Free-Plan. Sie können Shared auswählen oder B1. Ganz wichtig, Sie müssen immer wissen, welche Funktionen im entsprechenden Plan zur Verfügung stehen. Also beispielsweise beim F1 haben wir kennengelernt, da können wir keine Custom Domain hinzufügen. Ich klicke wieder auf Produktion und der Standardplan S1 ist ausgewählt. Und dann sehen wir die Features, welche enthalten sind. Eben Custom Domains oder Autoscale. Oder, was wir nicht gesehen haben vorhin bei der Übersicht, die Staging Slots. Sie können damit Staging Slots arbeiten. Das heisst, dass Sie immer einen produktiven Slot haben und einen Staging Slot, den Staging Slot, den Sie dann für Tests einsetzen können. Also Staging Slots gibt es bei Def-Test nicht. Schauen wir bei B1 nach. Custom Domains, aber keine Staging Slots. Also, der richtige Plan ist das Fundament für Ihre Web-App. Ich belasse es bei Standard S1. Das ist soweit in Ordnung. Es geht weiter zum Monitoring. Da könnte ich die Application Insights aktivieren. Das würde mir helfen, die eigentliche Web-App zu untersuchen. Also, beispielsweise, wie verhält sich die Web-App auf die HTTP-Requests? Kann sie mit den HTTP-Requests umgehen? Oder sind es zu viele? Solche Informationen erhalten wir über die Application Insights. Ich wähle da No aus. Das brauche ich nicht. Es geht weiter zu den Tags. Da wähle ich AC-Demo und Exam aus. Und dann geht es weiter zu Review and Create. Ich warte, bis die Validierung abgeschlossen ist. Das ist der Fall. Und jetzt wähle ich Create aus. Nun wird die Web-App bereitgestellt, inklusive unserem Azure-App-Serviceplan. Ich warte, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist, damit wir gemeinsam das Resultat untersuchen können. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Ich wähle Go to Resource. Und jetzt sind wir in unserer Web-App. Wir können unsere Web-App einmal aufrufen über diesen Link. Es wird dann der Browser gestartet und wir sehen hier unsere Web-App. Das ist der Standard-Text. Es ist ja eine Standard-Web-App, die wir bereitgestellt haben mit einem vordefinierten .NET-Core-Version. Darum wird uns hier der Standard-Text angezeigt. Wir haben ja nichts angepasst. Wir können weiter in unserer Web-App durchnavigieren, um einige Punkte noch miteinander anzuschauen. Wir sehen Deployment-Slots oder eben diese Staging-Slots. Die stehen uns zur Verfügung, weil wir mit dem Standard-Plan arbeiten. Ich navigiere ein wenig weiter nach unten. Wir können Custom-Domains einbinden, weil wir den Standard-Plan ausgewählt haben. Wir können aber selbstverständlich auch zu jeder Zeit unseren Plan anpassen. Wir sehen Scale-Up oder auch Scale-Out. Ich wähle Scale-Out aus. Sie sehen, wir haben die Möglichkeit, einen manuellen Scale zu starten, indem wir die Instanzen erhöhen. Oder wir können Custom-Auto-Scale konfigurieren. Auf Basis von einem Event wird dann die Performance erhöht. Das steht uns zur Verfügung über Custom-Auto-Scale. Ein Scale-Up bedeutet, dass wir den Plan ändern. Von S1 zum Beispiel auf P1-V2. Wir erinnern uns, Scale-Out, Scale-In, Scale-Up, Scale-In. Das vertikale Skalieren, das horizontale Skalieren, verhält sich hier sehr ähnlich. Wir haben nun einige Punkte angeschaut von unserer Web-App. Und ganz unten sehen wir, nicht ganz unten, fast ganz unten, sehen wir noch App-Service-Plan. Können wir ebenfalls aufrufen. Dann erhalten wir die Details von unserem App-Service-Plan. Und zwar der App-Service-Plan, welcher eben verwendet wird von unserer Web-App mit dem Namen TW Web-App 2021. Also Sie können auch hier beim App-Service-Plan wiederum diverse Details aufrufen. Wir haben in diesem Video gesehen, wie Sie eine Web-App bereitstellen können und dass es ganz wichtig ist, den richtigen App-Service-Plan auszuwählen, damit die Web-App so funktioniert, wie Sie sich das gewünscht bzw. geplant haben.